Warte hier auf uns, Tom. Wir sind gleich wieder zurück. Okay. Los geht's. Okay. Scheiße. Bastarde. Tom, ich hat's erwischt. Ah, tut das weh. Verdammt, Pauly. Sagt Zalieri, dass der Laden von jetzt an uns gehört. Kapischi? Komm bloß nicht wieder oder dir geht es schlimmer als deinen beiden Freunden. Hol Sam. Wir wollen Informationen aus ihm rausprügeln. Hol ihn da raus. Aber du musst zu einem Arzt. Das kann warten. Hol zuerst Sam. Scheiß auf die Routine. Ich bringe dich auf. Ich bringe dich in. Oh, 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 oh. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Steh auf, Sam. Es ist vorbei. Die haben echt gute Arbeit geleistet, Kumpel. Los geht's. Es ist nichts. Das wird schon werden. Der Doktor flickt dich schon wieder zusammen. Du bist doch zäh wie Leder. Oh, Scheiße. Das war's. Ich bring dich zurück ins Auto. Alles kommt wieder in Ordnung. Nicht belegt, Wecksack. Oder dein Schatten kriegt Löcher. Komm schon. Versuch's doch. An mir kommst du nicht vorbei. Klar, Kumpel. Ah, nur die Ruhe. Alles ist okay. Geh einfach. Kein Problem. Versuch's doch. Er hat unsere Kohle. Schnapp ihn dir. Ja. 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 mit wie der nächste Job aussieht.